die spannung ist kaum mehr auszuhalten die entscheidung fällt es wird spannend der erste elfer schütze steht bereit also besonders sicher sieht er gerade nicht aus ganz sicherer elfmeter wie der das gemacht hat ganz souverän ohne jedes problem vergeben das kommt manchmal davon wenn du den gegner gebühren das hat er aber ganz locker gemacht oh ja das war schon sehr abgebucht sicher sieht er für mich nicht aus einfach in die mitte und drauf ja da fackelt er nicht lange auch mich wird der ein bisschen angespannt aber er hilft auch das verzögern beim anlauf nix der torwart das gibt ihm jetzt noch mehr sicherheit kann es sein dass er ein bisschen nervös ist schuss vergeben der elfer geht vorbei aber das ist ja auch wirklich zu frech gewesen wie er da den keeper verladen wollte was für eine last auf seinen schultern den muss er jetzt rein machen ich bin so gespannt was wir jetzt hier sehen werden er trifft und sichert seinem team so den sieg und das musst du erst mal machen vom punkt so cool zu bleiben in dieser situation respekt ein ganz ganz toller erfolg sie haben den titel tatsächlich geholt eine ganz starke leistung über den gesamten wettbewerb gesehen und damit gehen sie auch heute verdient als sieger von platz grenzenlose begeisterung bei grenzenlos strahlenden siegern die in diesen sekunden den lohn für ihre harte arbeit erbten ein verdienter sieger buschi ja natürlich wolf sie haben sich das absolut verdient und können völlig zurecht feiern jetzt nimmt das alleine mit allen auf er schießt das ist jetzt seine chance die muss er jetzt machen kopfball der kopfball ist und jetzt ein schuss und das tor da könnte jetzt eine chance schießt er ihn rein Latte aber die chance lebt noch der bleibt der spieler liegen sieht nach zerrung aus schuss da ist das tor doch noch sie haben sich einfach nicht aufgegeben klasse er trifft und sichert seinem team so den sieg und das musst du erst mal machen vom punkt so cool zu bleiben in dieser situation respekt ihren wenn ihr lou Untertitelung des ZDF, 2020